Hallo, hallo, hallo! Der Miriam mit dem nächsten Balsam für die Seele. Wir spielen Kid Icarus, aber nicht einfach nur Kid Icarus. Wir spielen Kid Icarus in der Hood. Oh mein Gott, ist er nicht krass? Er hat eine Schrotflinte und eine krasse Sonnenbrille. Oh, ist er ja nicht geil. Und alle Schlangen tragen Sonnenbrillen, weil sie so Gangster sind. Oh, ich sammle da irgendwelche Drogen ein. Oh, bin ich krass. Yeah! So fucking Individual. So, hier drin ist ein Null. Oh, ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ein reiner Style-Hack, der das Spiel nicht im geringsten verändert. Gib mir mein Ganja. Yeah, baby! Ich töte euch alle. Yeah, 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 yeah. Nicht einen, doch einen. Super. Die sind auch irgendwie anders? Yay, sie sind Schlüssel. Aufgeschissen. Nein! Ich bin fertig. Ja, los geht's. Aber was ich mich immer gefragt habe. Icarus hat Flügel. Warum kann er da nur einmal springen? Ja, ja, ja. Sterb, 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 sterb. Yay. Yay, 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 wow. Wo's that, wo's? Friss meine Shotgun, mein Gewehr, meine Knarre, whatever, ich da gerade in der Hand halte. Ich kann es nicht wirklich identifizieren bei diesen krassen 8-Bit-Grafiken. Okay, hoch da. Bam, in die Fresse. Und wow. Ihr kommt mir aber gerade mal gefährlich nahe hier. Oh, 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 oh. Herz. Jetzt sind es noch drei. Autsch. Bleibst du bitte weg von mir? Heya. Heya, 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 heya. Hoch da. Was bringen mir die Teile? Ah, die kann ich da sammeln. Vier Schlüssel. Aha, cool. Krasse Angelegenheit, würde ich sagen, ne? Dum, 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 dum. Ich will hier links hoch, denn ich denke, dass dieser Weg hier der richtige ist und nicht der andere, weil das wäre dumm für mich. La, 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 la. Wow, auf jeden Fall ist hier der Tod. Autsch. Wow, der Tod dreht durch. Viel zu viele Sprites auf dem Screen. Und da links wäre eine Tür, an die ich jetzt aber natürlich nicht rankomme. Was soll denn dieser? Scheiß, das ist doch dumm. Dumm. Geh weg, tot. Tür. Hä? Oh. Yay, super. Jetzt ist auch dieser krasse Schlüssel weg, der mir wahrscheinlich noch irgendwas gebracht hätte. Ich sehe es doch kommen. Was machen die gelben? Die gelben Blöcke machen nichts Besonderes. Die sind einfach nur gelb. Yay, 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 no. Alles von vorne, oder? War das Spiel nicht so? Ja. Hahaha. Letzter Anlauf. Im Hero. Power. Hit Iguress. In the fucking hood. Okay, komm her. Ich bumse die jetzt alle weg. Ich töte sie einfach. Ich weiß nicht, was ich mit ihnen mache. Ah. Ah. Damn, 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 damn. Ach, in der Tür war doch nichts. Zurück. So, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Da, 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 da. Aber ich finde das Lied voll cool. Das ist einfach der Hammer. Bam, 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 bam. So, und diesmal renne ich mit meiner geilen Knabe hier einfach lang und verdammt nochmal tödt euch alle. So, ich will hier links lang. Ich will hier links lang. Ich hab's wieder vergeigt, ne? Ich wollte rechts lang. Ah, fuck. Gut, ich töte mich und will... Ich will wissen, was da links ist. Sag mir, was da links ist. Zeig' es mir. I'm finished. Noo. Fuck. Bam 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 bam. So, ich will das grad'n chiffon nur wissen, aus Neugier und aus... ...Hand euer los. Und, weil ich Spaß an diesem Spiel hab. So, gar nicht, aber okay. Bam, 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 bam. Da kommt er aus der rechten Seite in die linke und tötet dich einfach. Ist er nicht krass drauf? Oh yeah, baby. Ich bin Kid-Ig. Kid-Ig in the fucking Hood. So, aber an sich ist dieser Heck, ja, Heck, in Anführungsstrichen, eigentlich total lächerlich. Bam, in die Fresse. Kugel in die Fresse. Wo sind die? Hier müssen noch Gegner spawnen. Cool. Das war ein Gegner, super. Hep, 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 zeig mir die Tür. Ähm, was ist das? Was ist denn hier los? Flucht, Igg, Flucht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, was machst du denn da? Bist ich! Das heilt mich. Nein, da. Ich glaube, diesmal nehme ich den da. Yay, fünf Punkte. Und diesmal sind die Blöcke auch nicht gelbs, macht mich ganz fröhlich. Denn dann kann ich hier noch so lang und lila werden die nächste Blöcke für mich. Yeah... Good, den Tod wollte ich eigentlich nicht treffen, glaube ich, ne? is that a CCUSB? mag Sch draper oh holy fucking shit Yeay, zwei tot so hoch da Ich komm' grad voll in dem krassen Übertempel und da ist's'n Pinguin wo isss das Hentai-Monster ...Hentai-Monster don't kill me oh mein Gott ich hab' ne'nya Pinguin getötet Nein! Yay, Level 1 geschafft! Bam, Baby! Aber ich find das auch krass. Weeeee! Weeeee! Ich bin tot. Yay! Ich bin... Ja, es ist vorbei. Gut, ich bin der Mero! Das war... Kittig Wars in der fucking Hood! Bis zum nächsten Mal.